Ich habe zuerst für den Messungszeichner gelernt. Jetzt habe ich mich aber noch zu einer Zusatzlehre entschieden, weil ich auf dem Bau wollte. Was mir Freude macht, etwas mit den Händen zu machen und den ganzen Tag draus zu sein, stört mich auch nicht. Für mich war es absolut richtig, entscheidend zu sein. Ich habe Freude und habe auch kein Problem, um am Montagmorgen wieder aufzustehen. Schaut rein, dann seht ihr, wie mein Arbeitsalltag auf der Baustelle als Maurer aussieht. die Leidungen, die das Leidungen eigentlich nicht nugget haben.